Dies war das der Community auf YouTube. Herzlichst Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ein Bruder, schönen guten Morgen, wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, es ist das nächste RTG Best-Off. Sollte eigentlich gestern kommen. Ich habe gestern das vielleicht auch ein bisschen mit dem Video verpennt. Das habt ihr erst gestern Abend gesehen. Aber heute RTG. Best-Off. Was wir gerade gezogen haben. Ich habe nämlich gerade am Ende nochmal meine Weekend League Rewards aufgemacht. Plus mein Shapeshifter-Pack. Was wir gerade am Packlack hatten. Ich habe meine besten roten Player-Picks aller Zeiten gezogen dieses Jahr. Dazu haben wir natürlich auch noch das 95-Plus-Shapeshifter-Pick. Wir haben nochmal Weekend League Rewards. Wir haben ganz viele Walkouts. Wir haben alles Mögliche. Ich glaube, wir haben insgesamt sieben Shapeshifter-Hero-Karten gezogen in den Best-Off. Also es eskaliert komplett. Jungs, lasst bei der RTG absolute Liebe da. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es supporten würdet. Mit einem Daumen nach oben. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich hoffe, ihr genießt eure Ferienzeit bewegen. Die jetzt zum Beispiel rein starten in die Ferien. Genießt die sechs Wochen, die ihr jetzt da habt. Lasst aber Support da. Ich würde mich freuen. Kuss geht raus. Vergesst nicht, lasst ein kostenloses Abonnement da. 20.000 Leute gucken jede Woche mein Video. Und haben noch nicht abonniert. Vielleicht kannst du das ja nachholen. Liebe geht raus. Jetzt ganz viel Spaß beim spektakulärsten Pack-Opening aller Zeiten zum Gefühl. Let's go. 18 Prozent. 20 Prozent Shapeshifter. Das ist schon geil, ne? Das ist schon nice. Okay. Na, dann gucken wir einfach mal rein und gucken mal, ob das funktioniert. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ja. Wir zahlen natürlich Coins dafür, ne? Fever-Points werden ja auf einer RTG nicht aufgeladen, ne? Mal gucken, ob es sich 100k lohnt. Komm on. Gehen wir rein. Shapeshifter. Abfahrt. Ich will was sehen. Ja, perfekt. Sinnlos. Nehmer? Ach, nö. Warum haben wir keinen Shapeshifter drin? Casemiro. 100k in den Sand gesetzt, Chat. Einfach 100k in den Sand gesetzt. Geil. Wirklich geil. Da muss noch. Ach, schade. Hätte ja klappen können, Chat. Hätte ja klappen können. Ja, dann nehmen wir noch Mario Gomez mit als Leihspieler. Ein Schwab-Token-Hype, aber F in den Chat. Ey, wirklich. Ich sehe das schon kommen. Auf dem Main-Kanal ziehen wir bestimmt einen. Dort, wo wir halt die Coins haben. Hier müssen wir dann... Ach, sinnlos, Chat. Aber okay. Warum regnen? Ist das so gut oder wie? Nee, aber ich bin doch BVB-Fan, mein Lieber. Glaubst du, dass Dortmund Meister wird? Sonst wäre ich kein BVB-Fan, wenn ich da an dich klauen würde. Was? 75 plus? Jungenberg, hä? Das war ein 75 plus Spieler-Pack. Was ist denn jetzt los? Hä? Wo kommt denn der her? Der kostet 65k. Perfekt. Ich habe gedacht, der kostet wenigstens 100. 75 plus Pack. Arsenal-Legende, Chat. Eine Arsenal-Legende. Wie geil. Win in den Chat. 75 plus Pack. Wer brauche ich nicht? Das ist mir egal, ob der MLS ist. Aber den kann man ja mit Icons easy mal einbauen. Hä? Wie krass. 75 plus Pack. Wirst du nicht verarschen? Ja, nehmen wir mit, Chat. Ich sage es mal so. Gut, dass ich mal an einem Samstag-Stream. Das ist ja richtig und richtig. Absolut insane. Hä? Wie geil. Walkout. 50k-Pack-Tradable. Busquets. Okay. Immer gut für SBCs sowas. Oder können wir auch verkaufen. Können wir ein bisschen Münzen machen eigentlich. Auch nicht schlecht. Spamst, mein Lieber. Come on. Spam bitte nicht. Aber, ja, wieder Busquets. Perfekt. Back-to-back. Kann man machen. Zum Glück war der andere Tradable. Sonst müssen wir jetzt den in der SBC halt geben. Ja, aber das können wir. Das können wir. Ich glaube, es ist Ronny weg zu den Bayern. Keine Ahnung. Wäre cool, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Come on. Ja, Walkout. 30k-Pack. Wieder Busquets. Ist das nicht ernst, dass wir jetzt zum dritten Mal Busquets ziehen? Ey, was ist denn das jetzt? Wir haben jetzt innerhalb von drei Minuten dreimal Busquets gezogen. Hier. Es ist doch schön, dass es dich gibt, aber ich hätte gerne ein paar Shape-Shifter. Ja. Danke. Kuss. Okay. 2 mal 86 plus. Reiner. Komm schon. Untrade. Chinola. Komm. Bitte. Yay. Aha. Ah. Ah. Aua. Ach, Cancelo. Was sehe ich hier? Okay, perfekt. 2 mal 86 plus. Über drei Monate aufgespart. Hat sich ja anders gelohnt. Geh. Geh. Wettelstorch. Wir starten rein. Wicket League Rewards. Natürlich zocken wir auf der RTG Weilerkuss. Geht auch raus an Ulme, der mich da immer tatkräftig unterstützt. Wir starten rein. Letzte Woche haben wir ja alles selber gespielt. Ulme hat jetzt uns mal ein bisschen wieder mitgeholfen. Liebe, Grüße gehen da raus. Wir starten rein. 11.9. Reicht völlig aus. Wir wollen gute, rote Player-Picks. Playable. Scheiß auf den Preis, was sie kostet. Komm on. Wir gehen rein. Erster Spieler. Im ersten Pick. Wird werden. Bitte was Gutes. Saliba. Ich glaube, Saliba haben wir sogar schon, oder? Ich glaube, Saliba haben wir schon. Ich weiß es gar nicht. Komm on. Nummer 2. Dieser LaFont, er kotzt mich einfach nur noch an. Darf ich das mal so sagen? LaFont kotzt mich einfach nur noch an. Und Nummer 3. Milinkovic-Savic. Nee, Saliba haben wir sogar nicht mal in Rot. Aber ich würde trotzdem mit Milinkovic-Savic gehen, weil wir Saliba auf jeden Fall schon im Blau haben. Und Andrade ist okay. Ist okay. Savage nehmen wir mit. Können wir auf jeden Fall mit irgendwann mal spielen, denke ich. Okay, Pick Nummer 2. Wir gehen rein. Komm schon. Jetzt war kein LaFont aus, weil wäre schon mal schön. Wäre schon mal echt schön. Mal gucken. Abfahrt. Wir gehen rein. Bitte, 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 bitte. Okay. Erster Spieler. Keiner LaFont. Ach yeah, der ist genauso bodenlos beschissen. Ey, das kann doch nicht sein hier, ey. Nummer 2. Courtois. Torhüter. Und? Also sorry, tut mir leid, aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ja, wir gehen mit Courtois. Aber das kann doch nicht sein, Chat. Warum ist sie überall immer LaFont? Immer. Überall. Sinnlos, Chat. Sinnlos. Wirklich. Sinnlos, Chat. Sinnlos. Oh, Walkout. 50k-Back-Tradable. Handanowitsch. More Meister. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Aber kein Shapeshifter. Das nervt. Die Reitung ist beendet. So, wir gehen auf der RTG rein. In zwei Save des 86 Plus Picks. Es ist Ricken zu ziehen, es ist Cola zu ziehen, es ist Rainer zu ziehen. Gut, ein Chinola halt vielleicht auch noch. Aber ich will jetzt was haben. Wir haben lange genug diese Packs aufgespart. Fünf Stück haben wir davon. Wir starten rein mit der Gold in der Mitte. Come on. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Vielleicht sehen wir ja schon die ersten Shapeshifter. Das wäre so cool. Die Maria. Halb in den Chat. Ja, perfekt. Oder auch nicht. Hä. Schade. Ah, unten Rotri. Okay, erstes Pack. Bodenlos. Erstes Pack. Absolut bodenlos. Zweites Pack. Ich will die Shapeshifter jetzt sehen. Come on. Ein Ricken oder ein Cola. Eine von beiden. 88 Plus Walkout. Kante. 90er Rating ist schon mal okay. Das ist okay. Dein Tag kommt. Lori. Kein Shapeshifter im Pack Nummer 2. 3 haben wir noch. 3 haben wir noch. Komm schon. Let's go. Einen Shapeshifter, ey. Wenigstens das. Wieder kein 88 Plus. Spanien. ZM. Thiago Alcantara. HWG positiv rein. Jetzt könnte. Und ne Hummels. Was ist das denn? Das ist gut für die Bälles PC. Hype. Ey. Ich hab so lange diese ganzen Packs aufgespart. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Chat. Wieder kein 88 Pluser. Ruben Dias. Boah. Das tut weh, Chat. Und Killin hier. Letztes Pack. 2. 86 Plus. Och ne. Das kann doch nicht sein. Hunter Novitsch. Wir haben aus 5 mal. 2 mal 86 Plus. Keinen einzigen Shapeshifter gezogen. Schade. Sehr, sehr schade. Walkout nochmal aus dem, äh, aus der Bälles PC. Ja, mal ein Rohetrie. Ist solide. Nochmal Futter Packs. Ich hab lange aufgespart die Dinger. Jetzt müssen sie gezogen werden. 3 mal 85 Plus. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon, wie lange ich die schon aufgewahrt habe. 5 Stück haben wir davon übrig. Come on. Ich will einen Shapeshifter haben. Bitte. Come on. Okay, 88 Plus im Ersten. Pelgien ZM. La Kaka. 88er Rating. Ich will Shapeshifter sehen, ey. Oh, haben wir. Jawoll. Shapeshifter Nummer 1. Ja, na, du Morientes. Moin Meister. Sehr cool. Nehmen wir mit. Erster. Big Chat. Sehr cool. Da haben wir den Ersten. Sehr, sehr nice. Oh, wichtig und richtig, Chat. Wichtig und richtig. Let's go. Nummer 2. Kein 88 Pluser. Anscheinend werden die Shapeshifter dahinter angezeigt, ne? Tiago? Wo werden die dahinter angezeigt? Ha, Jungberg again. Was ist das denn? Das sind Nummer 2. Das war's komplett, Chat. Nur die Heroes werden dahinter angezeigt. Ach so. Ja, jetzt haben wir Jungberg nochmal. Geisteskrank. Hä? Was passiert hier gerade? Einfach zwei Stück schon. Fick. Haben wir noch drei. Zwei Shapeshifter haben wir ja schon gesehen. Oder Shapeshifter Heroes. Hier haben wir keinen. Vielleicht ist er jetzt dahinter ein Chinola. Hätte ich jetzt gar kein Problem. Benzema aber erst mal da. 89er Rating. Gut. Wir brauchen nur noch das 88er Team. Das 88er Team fehlt uns halt noch für Bale. Komm schon, noch zwei. Zwei hatten wir. 10% haben wir auf zwei gewettet. Geisteskrank. Oh, Shapeshifter. Aguiero? Ach nee. Das ist Felipe. Holy shit. Ich hab jetzt gedacht, das ist Aguiero. Aber dritter Shapeshifter jetzt schon. Hä, wie cool. Die gönnen ja anders, die 3x85-Pluser. Jawohl. Felipe nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit mit Marquinhos. Wie viel haben wir eigentlich auf drei gesetzt? Drei Prozent. Hier oder mehr auch drei Prozent. Der sah aber wirklich aus wie Aguiero ein bisschen. Letztes Fact. Nochmal ein Shapeshifter. Leider konnte es nicht. Der sah wirklich ein bisschen aus. Lorie ist das, glaube ich. Oh, ein Mappnio Gomez. Nummer vier. Was ist denn hier los, Schatz? Big. Betzenpacks aller Zeiten. Auch wenn wir kein cooler Rainer oder Ricken gezogen haben. Aber sonst Big. Anders wild. Drei Prozent Gewinn. Wahnsinn. Dickes GG. Was für geile Picks. Let's go. Was du noch Picks vor längerer Zeit gemacht hast? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, Kevin. Alles noch irgendwann mal erspielt. Und einfach liegen lassen. Poki, moin, moin. Fünffall 83 plus. Walkout Nummer eins ist da. Deutschland. Vorwärts. Sehr gut. Herz Degen Big. Sehr schön. Nehmen wir mit. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, Manners. Dahinter bitte noch einen Walkout. Zwei Walkouts in Fünffall 83 plus. Wäre ich zufrieden. Drei Walkouts, Chad. Überragendes Pack, Chad. A Real Talk. Überragendes Pack. GG. Das ist wieder Squad Battle Rewards. Wir hatten schon bei Radio. Wir hatten schon mal Haaland draus. Mal gucken, ob uns das Ganze auch hier gelingt, noch mal was Gutes zu ziehen. 91 plus. Alisson. Wieder 95 plus. Hä, was ist hier los? Anders Wild. Das ist ja mega gut. Aber die haben wir schon. Nein. Oh, das tut weh. Das tut weh. Aber wieder ein 95er. Mega gut. Abfahrt. Komm schon. Jumbo Set ist Goldspieler Set. Untrade. Wenn jetzt was Großes rauskommt, wäre es Big. Ja, perfekt. Kein Walkout. Ne, cool. Ja, danke schön. Gerade die Untrade Packs müsste es eigentlich mal mehr können. 100k Pack Nummer 2. Bitte. Wieder kein Walkout. Willst du mich verarschen? Hey, hey. Gibt was Gutes. Gibt noch was Gutes, Chad. Ich sehe schon kommen, dass wir unbedingt Picks machen müssen. Mit seltenen Karten. Weil wir sonst einfach nichts haben. Okay, wir haben noch ein Tradable und drei Untrade 100 K-Packs sogar. Oh, Walkout Nummer 1, 88 plus. Komm schon. England. Stürmer. Harry Kane. Sehr nice. Das ist okay. Wer ist da hinter noch? Okay, ein Walkout haben wir. Aber es war Tradable. Das ist okay. Das nehmen wir mit. Pack lag zählt, was das angeht. 400k Pack. Wieder kein Shapeshifter. Ey, das kann nicht sein. 600k Pack. Können wir doch mal wenigstens ein Shapeshifter uns gönnen, oder nicht? Hilfe, Chad. Hilfe. So, warte, wir machen erst noch die 200k Packs. Vielleicht haben wir ja Glück. Bitte. Ey, das kann nicht sein, aber Walkout again. Die Maria, zweiter Walkout. Aus den 500k Packs aktuell. Vielleicht dahinter noch einer. Ja, drei Walkouts mit Parejo noch. Immerhin. Hype in den Chat. Letztes 100k Pack. 88 plus Walkout. Karin Bonzema nochmal. Vierter Walkout aus sechs. Vielleicht haben wir dahinter noch einen. Ja, okay. Wir hatten wenigstens noch einen. Wenigstens noch einen. Also, ja, 100k Spieler waren aber definitiv nicht mit dabei. Das tut weh. Tut mir leid, Jungs. Tut mir leid. Hab mein Bestes gegeben. Ja, starten wir erst mal mit dem rein. Dann haben wir das 85er und dann haben wir noch den Shapeshifter-Pick. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal. 1,2, 3,82ern. Solange wir hier einen Walkout haben, bin ich eigentlich zufrieden. Ich glaube, das wäre schon ganz cool. Ja, Sabitzer. Da müsst ihr mal gucken, ob wir das in der SPC reinballern können. Ähm, und komm. Ach, schade. Kein Walkout, aber Walkout garantiert auf dem Legier und am besten mit dem Shapeshifter drin. Komm. Gönne. Ja, Walkout hat man mit Casemiro, aber keinen Shapeshifter. Das tut weh. 1,2 Shapeshifter. Chinola incoming. Ja, komm, jetzt haben wir schon Ricken, nehmen wir mit. Ist okay. Ist okay. Ricken ist okay. Aber, komm, es kostet über 100k. Okay, okay. 90% sagen nur ja. 12%. 12% haben wir da rauf. Na, mal gucken. 100k eingesetzt, Chat. 12% auf dem Shapeshifter. Ja. Delict. Nice. Nehmen wir mit, Chat. Geil. Ey, Weltklasse. Überragend. Pick, pick, pick. 95er Rating aus dem Shoppack. Da hat sich das Ding die 100k gelohnt, Chat. Ich glaube, Delict müsste doch noch über 100k kosten, oder? 130k. Auch wenn er Android ist. Perfekt für die Android-RTG. Dafür gebe ich gerne 100k aus. Ohne Mist. Und dahinter noch einer? Nö, aber für Mino noch? Ja. Gut, jetzt nur ein Walkout, aber Delict. Delict GG. Sehr, sehr nice. Die wird gleich wieder lauter. Ah, ich denke schon, dass Foodies kommen, Pauls. Oh, wir haben 8.8. Ich muss Walkout. Okay. Nicht Sterling, aber nehmen wir mit. Gut. Ich denke auf jeden Fall, dass die Foodies noch kommen werden. Wann ist halt die Frage, ne? Das ist halt die andere Sache. Aber Sterling auch so ein Grund-Ranz-Pack, ne? Von der Preuß-SPC bin ich geistig. Ja. Big. Und ist tradable. Kann man sogar verkaufen. Nice. War mal die schlechteren Packs noch auf. Der Rest wird sich behalten. Aber Chef-Stiver-Pack Dempsey. Dempsey ist nice. Dempsey ist doch super cool. Da kann man auf jeden Fall mal spielen. Aus dem Pack-Finding, ne? Ist ja nicht mal nur ein Pick. So ein Pack geht das schon. Ist schon okay. Das ist jetzt nicht die krankeste Karte, aber ja. Moreno übrigens unser nächster Walkout. Aus einem 95-K-Pack. Was wir einfach noch rumliegen hat, ne? Auch okay. Unsere Reut-SPC muss ja auch irgendwann fertig gemacht werden, ne? Das ist wichtig und richtig, Chat. Das ist richtig und wichtig. Abfahrt ist angesagt. 1 von 5, 95 plus Shape-Shiftern. Wir gehen rein auf der RTG und hoffen auf was Gutes. Wir wissen ja genau, wir machen R3. Und ich denke, es ist klar, wer auf der 1 ist. Und wir hoffen, dass es jetzt trotzdem dahinter noch was Geiles gibt. Okay. Auf der 1 Gomez. Ich denke, das sollte klar sein. Wie immer. Ich habe keine Ahnung, warum wir immer auf der 1 sind. Möge ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf der 2 hatten wir schon mal Cinola. Ich glaube, auf der 2 sind immer die kranken Karten, habe ich so das Gefühl. Auf der 2 sind immer die kranken Karten. Deswegen gehen wir jetzt zum 5. Pick. Wir gehen jetzt zum 5. Pick, dass wir die 2 als letztes sehen. Weil ich glaube, auf der 2 sind immer die größten Karten. Das hatten wir immer mal Ramos gesehen. Immer mal Marcelo Ronaldo war damals auf der 2. Cinola war auf der 2. Wir gehen mal weiter jetzt zum 5. Pick. Mit L2. El-Sharari. Geil. Fühle ich. Sehr nice. El-Sharari ist schon mal ein Pick, wo ich sage. Er ist safe, sehr, sehr spielbar und hat halt eine gewisse Nostalgie mit sich. 286 K. Da bin ich auch auf der 2. Okay, bei mir bei der 3 der Beste. Okay. Nummer 3. Cordoba. Ja. Ist okay. Müsste ich halt gucken, ob ich den einbauen kann. 280 K allerdings so. Aber Cordoba, der Hero-Captain. Da habe ich ja gespielt für mich der beste Innenverteiger mit dem Skip. Aber auf der RV muss man halt schauen. So. Nummer 4. Da haben wir schon. Schade. Adama haben wir schon. Sonst wäre es eigentlich auch ein geiler Typ gewesen. Adama 390 K. Übrigens. Adama haben wir aber hier schon an Trade gezogen. Wo er bei fast 600 lag. Und jetzt kommen wir zu 2. Und 2 waren die ganz großen Puls. Komm mal. Ein Ramos wäre geil. Spina Sola haben wir auch schon. Oh. Jetzt bin ich überfragt. Wen nehme ich mit? Wen nehme ich mit? Aber ich glaube... Ich werde auf Cordoba gehen. Ich werde auf Cordoba gehen. Ein Spina Sola ist auch geil, ne? Ey, Sharabi ist aber auch nice. Diese andere Serie A-Pick. Stimmt, ja. Stimmt. Ich nehme Cordoba mit. Ich nehme die Cordoba mit. Ey, Sharabi ist zwar auch mega geil. Aber ich will unbedingt Cordoba. Cordoba wollte ich ja schon unbedingt auf dem Main-Account haben. Hier habe ich die jetzt gekriegt. Ich nehme Cordoba mit. Ich denke, das ist ganz geil. Ich werde ihn auf jeden Fall mal testen und mal schauen, wie der ist. Hoch-Hoch-Arbeitsrat, ne? Muss mal gucken, ne? Aber damit bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, was das angeht. Dann müsste ich gucken, wie ich den einbaue. Weil wir haben ja aktuell das hier so. Müssten wir mal schauen, ob wir Cordoba irgendwie eingebaut bekommen. Ich denke, das sollte aber definitiv möglich sein. Müssten wir mal einfach schauen. Aber Cordoba ist schon cool. Cordoba ist echt geil. Müssten wir bloß mal gucken, ne? Wie wir das Ganze dann genau machen, ne? Müssten wir mal schauen, ob wir das dann hier umbauen oder so. Müssten wir mal gucken, ne? Aber ich denke, das kriegen wir hin. Killini wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja. Killini könnte ich halt direkt einbauen. Dann müssen wir ja gucken, wie ich Son halt auf Full-Camp bringe, ne? Da müsste man das halt gucken. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schauen wir mal dann später nach, ne? So, und jetzt sind wir am Ende noch angekommen. Leider nicht mehr im Stream, ja? Ich habe die Weekend League noch zu Ende gespielt. Ich habe noch schnell elf Siege geholt. Ich habe noch fünf Spiele verschenkt, so wie es sein muss. Plus, ihr seht es vielleicht schon im Grunde. Ich habe Shape-Shifter-Cup gespielt, die zwei. Und ich brauche noch insgesamt fünf Siege, um dieses Shape-Shifter-Pack zu bekommen. Wir haben hier das Spiel gewonnen. Ich fasse es nicht. Ich weiß nicht, wie. Wir haben es geschafft. Das bedeutet, wir können nämlich jetzt nochmal zum Abschluss ein wunderschönes Shape-Shifter-Pack zielen. Aus Team 3 und 4. Wo vielleicht noch der ein oder andere coole Spieler mit dabei ist. Ich weiß gar nicht, wie seht ihr das? Vielleicht guckt der ein oder andere aus hierher zu. Schreibt mir ja gerne in die Kommentare, wann soll ich die aufgesparten Packs ziehen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das jetzt nicht einfach schon ziehen sollte. Um einfach zu sagen, hey, ich habe die Packs dann weg. Das sind jetzt mittlerweile nur noch 16 Packs, die übrig sind. Unter anderem, ja, das Shape-Shifter-Spieler-Pack haben wir noch. Allgemein sind halt noch ganz viele 125 K-Packs. Die sind halt alle, du kannst halt nur tradable Sachen ziehen. Hier sind ein paar Untrades mit dabei. Die Sache ist halt die, ich kann ja nur Spieler spielen, die halt Untrades sind. Das bedeutet, jetzt ist eigentlich der beste Zeitpunkt, bevor die Footies gleich beginnen, dass wir jetzt noch Karten in den Packs haben, wenn wir was Großes ziehen, dass wir vielleicht noch mal ein paar Könster mitmachen können. Ich weiß auch nicht, wie es war. Vielleicht öffne ich jetzt noch ein paar Packs. Werden wir sehen. Wir starten auf jeden Fall erstmal rein mit den Weekend League Rewards. Wir machen das nicht mit R3. Ich hoffe einfach auf ein paar Spieler, die wir noch nicht haben. Kein LaFont. Auf den habe ich ja absolut gar keinen Bock, weil der kommt ja immer jede Woche gefügt. Bei euch vielleicht ja auch. Wir gehen mal rein. Erster Player-Pick. Oh mein Gott, was? Ähm. What? Ich ziehe zum allerersten Mal Off-Stream meine Rewards. Ich ziehe einfach den besten Spieler, den ich jemals in Rot hatte. 1,22 Millionen. Wie geil ist das denn? Ja, egal was jetzt kommt, ich bin zufrieden. Einfach mal Benzema gezogen. Und Felix? Ähm. Ja, wir haben Felix schon im Blau, ne? Aber. Was? Das sind meine besten Rewards, die ich je hatte. Ich nehme Felix mit. Einfach für den roten Plex. Was waren das bitte gerade für Rewards-Chat? Ähm. Füße gehen raus. Also jetzt bin ich schon zufrieden. Ist mir egal, was ich jetzt ziehe. Also Benzema ist halt anders wild. Holy shit. Ich komme gerade auf mein Leben nicht klar. Aber es ist einfach das Beste, was ich hier hatte. Ja, mal gucken. Vielleicht ziehen wir ja jetzt noch was Gutes. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall die Untread-Sachen jetzt erst mal wegziehen. Dann gehen wir ja noch zum Shapeshifter-Pack. Am besten kommt noch Chinona dann. Und dann ist das Thema eh erledigt hier. Ähm. Aber ich glaube, ganz viele Dämpse haben wir gesehen. Aber ich bin gerade extrem geschockt. Weil ich darauf jetzt absolut 0,0 mehr klarkomme. Äh, warum ziehen wir auf einmal Benzema? Und Felix in Rot. Ich habe noch nie so gute Rewards gesehen. 88 plus Walkout. Die Bräune bitte. Ah, selbst Couture ist völlig in Ordnung. 89er Rating. Wenn wir den jetzt natürlich als Duplikat haben, wird es halt Quatsch. Zum Glück haben wir es nicht. Sehr gut. Ähm. Ja, also Reuters-Bizit können wir auf jeden Fall machen. Ähm. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Den will ich unbedingt haben. Ähm. Das muss sein. Ähm. Weil es ist halt Marco Reus. Ja. Also den brauchen wir auf beiden Accounts. Das ist wichtig und richtig. Äh. Aber ja. Mal gucken, was wir vielleicht sonst noch drin haben werden. Wir gehen jetzt gleich mal ins ShapeShifter-Pack rein. Beziehungsweise wir gehen, glaube ich. Wir machen so viele Packs auf, bis meine Transferliste voll ist. Ja. Wir haben jetzt 32 Leute hier noch auf der Kandidatenliste. 33, 34. Ähm. Wenn die voll ist, dann höre ich mir die Packs auf. Im Endeffekt, wenn wir was cooles ziehen, ziehen wir es. Es ist sowieso leider Gottes alles tradable. Wir dürfen davon eh nix zocken. Aber die Münzen können wir natürlich selten mitnehmen. Wir starten mal rein mit dem seltenen Spieler-Pack. Come on. Nummer 1. Oder Nummer 3 mittlerweile. Ja, ihr wisst, was ich meine. Come on. Das ist doch Quatsch. Darüber brauchen wir nicht reden. Fabianski. Ja, das Schöne ist, wir haben nicht so viel mehr im Verein, was seltene Goldspieler angeht. Das bedeutet aber auch positiver Dingeweise. Wir können danach dann zum Beispiel Upgrade-Packs am Montag nochmal machen oder vorbereiten. Come on. 125 K-Pack Nummer 1. Perfekt. Die sind ja richtig geil. Ich habe ja diese 125 K-Packs. Ich weiß nicht, wie viele ich da mittlerweile aufgespart habe. Oder wie lange das ist insgesamt aufgespart habe. Das war wirklich, das sind Ewigkeiten. Und ich habe mir halt gedacht, eigentlich ziehst du, wenn du mal Bock hast oder wenn mal was richtig krankes in den Packs ist, werden wir es natürlich auch bei Chinola machen können. Aber selbst ein Kante oder was auch immer, die Natale, nimmt man natürlich mit. Pack Nummer 2. 125 K-Packs sind es, Chat. Ihr seht es. Absolut insane. Wir haben so viele Walkouts hier drin, das ist jetzt wirklich der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob... Nee, ich glaube, den Hero-Shapeshifter müsste man angezeigt bekommen, weil das ist ja auch ein Walkout. Ich glaube nicht, dass wir den dann nochmal sehen werden. Ohne dahinter nur sehen werden, auch wenn es nur ein 85er ist. Come on, Shape-Shifter Nummer 1. Sehr schön. Heroes. Nein, Cordoba. Big. Das ist stark. Chat. Klar, der kostet nur noch 200 K. Den haben wir ja sowieso schon. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Also... What? 219 K nehmen wir natürlich mit. Hey, das ist ja geisteskrank. Was ziehen wir denn heute? Also, ich sage es mal so. Alba noch als Walkout? Aber Alba müsste doch als Walkout angezeigt werden. Jetzt bin ich absolut verwirrt, was jetzt angezeigt wird und was nicht. Ja, die 215 K nehmen wir natürlich mit, den Verkaufer direkt. Hä? Übelst insane. Hey, absolutes Packlack am Start nochmal. Hat sich halt sogar nochmal gelohnt, jetzt kurz noch zu schwitzen, um das jetzt mit ins Video reinzunehmen. Sehr, sehr schön. Weiter geht's. Komm on, wir haben noch ein paar Packs. Ihr seht, 225 K-Packs haben wir einige aufgespart. Nächster Walkout. Schön. Spanien. ZM. Das müsste Thiago sein. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt müsste ja eigentlich hinten gar kein Hero mehr da sein. Weil die Heroes jetzt anscheinend doch noch angezeigt werden davor. Ich glaube aber, jetzt kommen wir gleich zum letzten Pack. Aber wir haben jetzt gleich insgesamt 88 Sachen auf der Transferliste, 12 Duplikate. Sollten wir eigentlich einen Pack ziehen in demnächst. Und den Rest guckt man dann einfach. Den ziehe ich dann vielleicht im nächsten Best of Seeders dann den Rest weg, wenn wir dann halt einfach Upgrades gemacht haben und dann nochmal neu loslegen können. Gut, letztes Pack war nochmal bodenlos. Gut, ja. Aber wir haben zumindest unseren Stand von vielen Goldspielern ein Stück weit erhöht. Wieder mal im Verein. Das ist schon mal ganz cool. Den Rest stoßen wir ab. Und jetzt gehen wir noch zum allerletzten Ding rein. Jetzt schon mal, Jungs, wenn ihr euch gebellt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Wir gehen rein ins Championship-Spieler-Pack. Garantiert ein Spieler aus Team 3 oder 4. Wir haben ganz viele Dampsticks gesehen. Hauptsache einen, den ich noch nicht habe. Das ist das, was ich möchte. Egal wen, Hauptsache einen, den ich noch nicht habe. Es ist wieder eine Hero-Karte. Oh, das ist Cole. Was passiert hier, Jet? Dieser Geist ist gestört. Holy Shit. Hä, was passiert hier? Das ist der beste Abschluss aller Zeiten. Nummer 290 Karten. Wir haben so viele Dampseys und alles gesehen. Und Cole hat mich ja auf den Main-Account gezogen. Und jetzt haben wir den auch noch hier. Also absolut insane. Ich weiß noch nicht, wie ich genau alles einbaue. Aber es war absolut big, big, big. Der Wahnsinn. Jungs, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus. Macht's gut dort rein. Und ciao, ciao. Bis kurz. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.